... Komponente Oh, hey. So schön. Das ist das angestrengte Gesicht von der Kaffee. Das ist ja das, was du da bist. Da ist ja fast Wahnsinn, wie oben du jetzt drüllen musst. Wenn du so viel Gleifen hast, weißt du, was dich bewegt? Am Backen, das ist gruselig. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Das ist gruselig. Nicht drücken auf die Stange. Nicht drücken. Das ist gruselig. 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 Das war's. Soll ich abwarten? Ja. Soll ich jetzt die Bärmlein nicht abwarten? Ich will nicht die Bärmlein machen. Ich hab den Hoppe. Ja, ich will den ja aufbeziehen. Jetzt ein paar Objekte sehen wir mehr aus. Ja, da riechst du nicht, das ist lauter. Ich weiß nicht, das ist ja brav. Ich hab die Bärmlein. Ich hab die Bärmlein. Die einen, die Bösen, die anderen. Die ist immer der, der. Ich hab die Bärmlein. Das wird auch nicht mehr so groß sein. Das hört man auch. Hey! Nicht, wenn sie das machen. Ich hab die Bärmlein. Nein, ich hab die Bärmlein. 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 Und ich hab die Bärmlein. Das ist ja alles schon abgelöst. Es ist ja ein Eis, aber Gott. Der ist immer der Geschmack. Ja, das ist der Goldstein. Aber mit dem Halfer Goldstein, wir haben alles glücklich gemacht. Der ist jetzt drei Jahre der Dreck, und ist aber auch noch Blümerd, und alles Mögliche der Dreck. Ein Großteil in der Nacht. Und für mich ist es gut, ich trinkt weniger Kaffee, weil ich schmecke immer die Dreckste. Und vor allem... Für jedenfalls ist man ganz viel flach. Ich komme, ich weiß nicht, wenn sie nicht... Ja, ich habe... So, mit Lenk haben wir das vor allem gemacht. Ja, ich glaube, wir haben vor allem gemacht. Ja, die sind vor allem gemacht. Das ist gut. 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 Da kam auch nicht überall hin. Immer mit Bodenamosen. Wie ihr da macht. Aber wird es wieder gut? Das ist gut. W напt. Untertitelung des ZDF, 2020